moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 3 ich will jetzt endlich mal in den tempel da gehen speicher noch einmal mir bleibt jetzt aber sehr wahrscheinlich nichts anderes über als nahkampf weil wir unsere pfeile in der letzten folge verbraten haben verschossen aber dafür auch jede menge zombies erledigt und wir haben auch dafür jetzt gelernt wie man das hier machen kann schürfer und dinge schärfen haben wir auch gelernt und wie man dass die erzwaffenspieler gelernt nicht nicht den nicht den klingen wo hat man auch glauben oder so dann bräuchten wir nur auf schmieden auf 50 auf 60 dann dann wer dadurch dann hätten wir schmiedes talent und durch danach für die mich auf die bis talent noch mal fokussieren oder hier vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr jagt wäre auch nicht schlecht wenn ich jetzt noch um schütze und meisterbogen schütze machen würde so wie groß wird jäger könnte noch ein bisschen dauern dass wir das hinkriegen aber ich würde mich freuen zu sehen wie das dann alles dann voll wird und uns gilt wir haben aber auch schon richtig viel gelernt bei einigen folgen das sah noch so wohl leer aus so ich will jetzt mal gucken ob hier um noch irgendwo irgendwer ist von denen bevor wir uns daran machen ich glaube nicht ich glaube dass nur die da nicht hier hier vorne sind noch welche das sind glaube ich jetzt fünf folgen sechs folgen wahrscheinlich rein nur zombie habt das war jetzt richtig doof ganz zu anfang schon folge drauf geht das ist richtig doof gelaufen aber okay schaffen wir schaffen hätte ich gleich da vorne einmal speichern sollen habe ich noch alles ja ich habe noch alles dann speichern wir hier noch einmal dann haben wir gleich nicht mehr so einen langen weg hier sind ja direkt hier und da vorne waren ja auch noch mal drei okay der hat uns schon im visier ja komm ich will jetzt nicht zu nah an die anderen da ja ja und nochmal wird vorhin ja 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 und nochmal wird vorhin was sie noch mal kurz gucken will einen moment 495.000 wollten wir für die nächste stupe geht wohl ein leichtes sein glaube ich so noch mal speichern was gelesen da auch ein sehr viel untote zu sein jetzt hat er mir einmal getroffen aber okay jetzt haben wir ihn auch erledigt noch mal wird fordern und speichern das sind sehr viele wirklich sehr viele aber die skelette sind auch schneller das heißt die würden wir gleich dann zuerst anlocken und besiegen wollen die zombies haben nun größere sichtreichweite so den haben wir auch vielleicht auch mal mehr von dem was essen ja und noch mal speichern ich habe immer das gefühl ich gehe hier drauf 1 2 3 4 5 zombies ein skelett und ein tempelwächter hier sind auch noch mal drei zombies okay jetzt kommen gleich zwei sollen die mal hier hochkommen ich weiß ja nicht ob wir zwei schaffen okay ein bisschen abstand gewinnen und einmal was snacken so nein ausgrenzen jetzt so noch mal was snacken ja haben wir geschafft okay und noch mal die dinge so danke obs mit willkommen im chat ich bin nicht einmal live aber egal so noch mal speichern so hier sonst keiner nur noch der hier und noch mal speichern und noch mal speichern noch jetzt wissen gibt es da vorne auch noch welche Skelette. Wer hat mich im Visier? Sehr willkommen. Die sollen bitte hier hochkommen. Also bitte hier hinkommen. Wer? Wo? Wie konnte er da durchschießen? Okay, der kommt hierhin. Hinter mir ist jetzt keiner. Ja. So, dessen Pfeile können wir einsammeln, ne? So, nehmen wir mit. Der soll auch herkommen. Kommt der jetzt? Okay, zwei Zombies haben hier auch noch ein Visier. Aber das hat nichts mit denen da zu tun. Machen wir zuerst den Zombie oder den Skelett weg? Könnte ich dafür sorgen, dass er den Zombie erschießt? Wir machen den Skelett zuerst weg. Das ist nicht alles. Du hast gesehen. Daher ist es. Ich habe ihn. Ich habe ihn die lege. Ich bin nicht der, ich bin der. Ich bin der, ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. Ich bin der. jetzt dürfte mich keiner mehr im visieren doch irgendwer hat mir noch hier im visier bestimmt der zoll mit der hier irgendwie unter der höhle ist davon kommt er schon der hat mir im visier keine ahnung wie er mich sehen konnte aber er hat mich nicht gesehen alter was ist mit dem da das ist ein bisschen übertrieben mit dem jetzt gerade nein abstand so das müsste reichen glaube ich okay dann haben wir den jetzt auch okay die musik hat sich auch beruhigt so ist nur noch ein bisschen was von dem und speichern hier gibt es noch ein die nicht ihren weg zu mir finden doch langsam und die finden langsam ihren bieb doch langsam und die finden langsam ihren bieb so den haben wir wo ist ein schild da Oh, da ist er schon. So, komm. Ja. Die anderen brauchen wahrscheinlich noch. Da kommt schon der erste. Ich speichere das einmal, weil wir die Skelette schon mal haben. Fünf Zombies, die nicht ihren Weg zu mir hochfinden. Wäre ich jetzt einer von denen? Ich würde das jetzt ein bisschen doof finden. Warte mal, was ist da? Ein Feuerwohlem. Hier chillt einfach mal ein Feuerwohlem. Jetzt sind sechs. Und das sind auch nochmal drei. So, ich logge mal den an. Da hinten wird es eh jetzt ein bisschen schwieriger. Vor allem mit dem Feuerwohlem da. 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 So, nochmal was fordern. Ich habe bald auch keine Heilpflanzen mehr. Oh, die haben ihren Weg zu mir gefunden. Da. Komm, die in Reihung Glieder. Alle sechs wahrscheinlich. Da. 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 Okay, erstmal wieder Abstand gewinnen. Ein Heilskrank. Der war ganz kurz schnell. Was ist mit dem Zombie? Fand ich es jetzt super. Jetzt lauf, 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 lauf. Da, 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 da. Da, da. Also ich habe fast kein Leben mehr. Vielleicht eben schnell was futtern. War vielleicht nicht die bessere Wahl, der Fleisch. Ich muss Heilsrenkel kriegen. Da, 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 da. Da. Oh, da. Yo, beide auf einen Schlag. Alter, das, das war jetzt wirklich eine Herausforderung. Gegen vier auf einen. Dass die aber auch hier jetzt gerade in Reihe und Glied angetanzt kam. Ja, okay, aber das ist auch eher etwas schwierigeres Gebiet. Ich frage mich, wie gut wir uns dann im Nordmahr anstellen. Ja, der hat mich im Visier. Ich hoffe, in Nordmahrt sind dann aber weniger Untote. Und auch mal andere Gegner. Die Untoten sind schon sehr lästig, finde ich. Nice. Weichern. Wir haben noch genug Leben. So, den will ich mal hier entlocken. So ein bisschen mehr Abstand, bitte. Ja, hierher. Noch ein bisschen. Ja. Nice. So, das sind Pfeile, nehmen wir mit. Und wir erspeichern. Gegen den Tempelbächter, da könnte es schwierig werden. So, komm. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Ja, die Namba. Das sind noch zwei Zombies und ein Skelett. Drei Zombies und ein Skelett. Vier Zombies und ein Skelett. Okay, der Zombie geht wieder weg. Okay. Perfekt. Oh, jetzt kommen beide. Ich glaube, das war jetzt ein Fehler. Ich speichere einmal vorher. Okay, der eine haut ab. Das heißt, dann eins gegen eins gegen den da. Ja. Eins haben wir noch. Da vorne. So. Jetzt eben wieder was futtern. Das sind aber auch echt zu viele Zombies. Ich hoffe, sobald ich wieder zurück im Herzland bin von Nuthana. Habe ich dann weniger Probleme. Äh, jetzt kommt der. Alter, der macht aber viel Schaden. Da. Mit einem Schlag hat er richtig viel Schaden gemacht. Aber okay, der kam. Ich hatte jetzt gedacht gehabt, so, äh, der wäre deutlich stärker am Kampf. Also deutlich flinker. So, dann ist nur die Frage zuerst dort in den Tempel rein oder da hin. Wie die Befreiung. Was ist denn das denn für ein Magier? Ne, jetzt selbst. Ist das ein... Speicher nochmal. Da ist ein Magier einfach. Ist das ein Ork-Schamano oder was war das? Oder ein Necromant oder irgendwie... Ich würde es gerne wissen. Was ist denn das? Nochmal speichern, bevor wir da reingehen. Okay, was ist das für ein... Was? Mit einem Schuss hat er mich down gemacht. Alter. Okay, das heißt, was den angeht, müssen wir uns sehr, sehr schlau anstellen jetzt. Oder sehr flink zumindest. Und wo noch hohe Priester. Ich versuchte mich jetzt mal auf den. Der darf mich jetzt nicht killen. Warte mal. Was haben wir ausgerüstet? Wir haben die Kopfnuss wieder ausgefallen. Warum haben wir das ausgerüstet? Ich würde den hier haben. Bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den überhaupt fertig kriegen. Alter. Aber weit. Aber... Ich würde dann jetzt nichts... Es ruckelt. Es ruckelt. Was? Dampf hat sich wieder... Okay, ich hoffe, die anderen müssen los sein. sind jetzt gleich weg halte er sich einfach leck mich doch wie soll man den schafft mit einem schlag hinter mich die man vielleicht doch lieber in ruhe lassen und mich um die kümmern denn wie soll ich gegen den schaffen vor allem ich habe nicht genug feile ich habe von den kopfnüssen ein paar so der soll bitte hochkommen da da alter keine ausdauer wo ist ein knüppel hin so noch mal kurz wird voran wie soll man gegen den zauberer dann kommen oder irgendwie irgendwo noch mal feile kaufen sobald ich alle anderen hier besiegt habe aber der ist mir zu nah wer kommt Ja, der. Dann kämpfe ich unten. Da ist auch nochmal Erz. Was ist mit dem? Warum steckt er da wieder fest? Wo kam der jetzt her? Ich steck fest. Verdammt. So, jetzt müssen die erst mal hier hochkommen. In der Zeit kann ich mein Leben wieder aufladen. So, okay, der kommt schon. So, gegen den allein schaffe ich wohl. Nein! Verdammt. So. Sorry, dass es jetzt ein bisschen unentspannt ist hier gerade, aber irgendwie muss ich die doch bekämpfen können. Also, ich versuche mal anzulocken. Okay, dann kommen halt nur die beiden jetzt. Warum auch immer der jetzt geht. Ach, er ist、 ja行, ich weiß, wie auch immer der wird. Oh, nicht? kriegen wir hin ganz schnell so was ist mit dir kommst du hoch oder muss ich runterkommen da da okay das wird jetzt wieder etwas schwieriger so erst mal einmal die suppe und er ist noch da ok dann haben wir den auch und noch einen heiltrank und speichern nochmal ja 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 okay jetzt können wir essen und dann gehen wir dort rein in die ich hoffe der hat es jetzt nicht auf mich abgesehen gegen den möchte jetzt ungern kämpfen da gab es hier nicht noch ein da perfekt so was haben wir hier und noch mal was voran ich glaube mehr gibt es ja auch nicht oder schauen uns hier einmal um und speichern noch mal so ich sehe jetzt nichts aufblinken okay dann bleibt nur noch das was da drin ist und das hier eine goblin wäre wie die haben speichern noch mal und das erz kümmere ich mich später ich möchte jetzt weil ich ja noch einmal hier und versuche mal den magier einfach nur weg locken oder den das geht aus ich hoffe ich krieg den weit genug weg gelockt der mit seinen eis zauber ich glaube ich habe die anderen auch noch angelockt das war perfekt wenn dagegen das ding da wenn ich ihn irgendwie irgendwo hin locker wurde mir weniger schaden zufügen kann so jetzt habe ich keine okay wir müssen ihn nun wir müssen nahe genug an dem brand sein dann schießt er nicht mehr mit diesen dingen ich hoffe da kriegen wir gleich noch hin wenn wir uns hier hinter so verstecken trifft er uns von da betrifft uns nicht wenn wir nochmal irgendwie hier abstand nehmen und nein das falsche gegessen strategie entdeckt aber ich habe das falsche gegessen so dann schauen wir mal dass wir den nochmal hier raus locken oder den das die folge wird nicht so wie ich es mir irgendwie erhofft hatte das ist ein knüppel nochmal speichern dann will ich den jetzt nochmal da raus locken ach na jetzt kommt der auch noch besser hinten besser hinten ja 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 Ja, ich lasse ihn noch ein bisschen so random drauf loshauen. Ja, ich lasse ihn noch ein bisschen. Ja, wir kriegen den. Gleich haben wir den. Nein! Wir hatten den fast. Wir hatten den fast wirklich. So, okay. Alter, der hat... Wieso konnte das Ding gerade um die... Weißt du was? Jetzt sind sie alle hinter mir, ja? So, warte mal. In der Zeit kann ich schnell was essen. Die lassen mich jetzt in Ruhe. Okay, den haben wir erledigt. So, haben nochmal Pfeile. Jetzt nochmal schnell was essen. Vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Kann jetzt einen Moment dauern wieder. Speichern und den nächsten anlocken. Okay, wer kommt jetzt? Der. Der. Der hohe Priester. Ich will den jetzt erledigt haben. Ja. 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 Dreck! Äh... Haltbränke. Eins... Und zwei... Der will mich doch verarschen. will mich doch echt verarschen ich mache jetzt nicht ende bis ich den jetzt bekämpft habe der packt mich gerade so dermaßen ab und den kriegen wir zumindest hierhin angelockt vielleicht können wir den auch schon mal nein das wird nicht funsten okay hier trifft uns auch nicht nein 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 wieso ist der verdammt so beschissen stark oder liegt an meiner waffe ist die einfach zu schwach ich würde sagen zweimal versuche ich noch gegen den ansonsten versuchten andermal und wir hatten ihn ja einmal schon fast besiegt ja 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 aber manchmal will das auch mit dem schild einfach nicht funktionieren so was die schild haben wir schon starke schildparade eigentlich warum kann ich den nicht bekämpfen warum schaffe ich den nicht warte mal ich gehe noch mal hier hinter so einmal heilprank schnell ich frage mich warum will der held manchmal gar nicht die schildparade machen obwohl ich hier auf schild drücke manchmal will das einfach gar nicht so wir haben drei lernpunkte können wir damit irgendwie was sinnvolles macht vielleicht in stärke bringt das was wenn ich was in stärke investiere so wird beschwörungs magie ach genau das sind die ganzen zauber die ich so lernen kann okay die ich freischalten kann die ich gar nicht freigeschalt habe so die rettung von ben salah nichts von rastlosen verfluchten gehört dass sie davon nicht ablenkt hier gibt es für dich mehr als zu tun bleibe ein einfach hier und halte dich von ben salah das kann ich tun ich habe ein paar männer den berg aufgeschickt sie kamen sie kam nicht zurück die und sie nach ob noch jemand lebt hat immer das nicht gemacht sünder gut ich bin und wirst dich vater der geschäfte aber diese plündernden nomaden haben sie haben alle gekämpft und da bin ich schnell abgehauen kommt zur sache wenn du bring mir meine waren zurück gut was waren das über das sind acht kisten ich glaube ich habe meinen namen drauf stehen sie haben mich vor der stadt auf dem weg überfallen ich glaube ich lasse dich hier mal in ruhe weil ich schaffe das nicht der ist einfach zu stark und wir sind einfach nicht stark genug gewappnet gerüstet würde ich vielleicht mal schauen dass ich irgendwie irgendwo anders mal vielleicht ein paar bestes noch erledigt bekommen noch ein paar erfahrungspunkte sammeln oder so oder die erledigt bekommen aber ich würde sagen das machen wir dann in der nächsten folge speichert hier einmal dann vielen dank dass sie wieder mit dabei war ich bin euer max deus und ich mache ein kleines preußchen um mich zu beruhigen hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020